hallo leute hier ist der ironix und wie ihr bemerkt habt kommt ja sicher bald das neue update 4.7 raus es ist ein recht großes update und ich habe mir jetzt gedacht ich mache dazu mal ein video wo ich euch ein bisschen zeige ja was in dem update so kommt und vieles und mehr das heißt ich habe mir jetzt eine webseite herausgesucht das ist die hier und hier werde ich die mit euch zusammen anschauen was so kommt die webseite wird auch in der video beschreibung verlinkt sein das heißt ganz am anfang beginnen wir bei dem punkt environment das heißt es geht so um die maps und alles mögliche und dann gibt es die maps caldoa das vielleicht kennt ihr ein paar schon aus nord iron die ist richtig nice finde ich zumindest die ist eher so finster gestaltet und ja hier seht ihr wo ihr überall von caldoa herein kommt und all das zeugs könnt ihr euch durchlesen wenn es euch interessiert dann die festungen und auch die basen das heißt es gibt auch solche camps die ihr einnehmen könnt eigentlich wie nord und zykater dann gibt es goha wobei im nord iron heißt das irgendwie level job bin ich ganz sicher aber ich glaube es zumindest die ist eher so fröhlich gestaltet richtig nice optis ist ja echt cool gemacht dann hier auch wo ihr herein kommt der teleporter dann gibt es das finde ich noch speziell es gibt so wie ancient monster das heißt so bestimmte monster die können sachen droppen und auch sukis das heißt ähnlich wie im auge von tia maranta das heißt ja spezielle steine können sie droppen und eben sommer im kies weiß es nicht was das so genau heißt gibt es ja auch so camps wie ihr seht und ist einfach ziemlich cool dann was in den beiden sonst noch für changes gemacht wurden das sind einfach fehler in der landschaft behoben von serpan untergrund von katalam der jomo ganz brücke und ein heron das war es dann schon zu den maps gewesen also ich will auch jetzt nicht spoilern indem ich jetzt noch einen video zeige aber richtig nice gemacht die maps kann ich euch schon mal sagen könnt euch darauf freuen denn jetzt geht es um pvp sachen hier habt ihr mal maps sind auch ziemlich nice aus dann gibt es so ein bestimmtes battlefield da kann ein statthalter rein 49 personen von den top 100 und 50 of the one stars oder higher natürlich gibt es hier noch das andere das seht ihr der boss hier erinnert mich ein bisschen an den aus abelsplitter ist auch ziemlich nice und ja das ist wie eine große festung dann habt ihr vier camps die erobern könnt es kann bis zu 100 100 spieler pro camp kommen und man kann ablauf 65 beitreten man braucht einen bestimmten titel so wichtig das jetzt kann lesen können und es ist immer am sonntag um 11 uhr haben abends dann jetzt zu den instanzen so es gibt eine neue solo instanz die nennt sich barunas dimensional institute und die kann man nur solo betreten und ablauf 65 das heißt man kann einmal pro tag rein und es wird eben um 9 uhr refreshed wie die anderen solo eines auch ist eigentlich ziemlich nice ich weiß jetzt nicht glaube wie die eine ist aber ein kollege hat mir gesagt sie ist ziemlich schwer aber ich kann es halt noch nicht so beurteilen dann gibt es runatorium das ist eine pvp in das heißt sechs gegen sechs wie ihr hier seht das heißt sechs people frau fraktieren betreten kann man zwischen 61 und 65 und einmal pro tag zwischen 23 uhr und 24 uhr dann werden ein paar changes gemacht nämlich heroische instanzen es wird das sind einfach eine schwere version von runadium und schutzturm das heißt ihr könnt in heroik runadium können sechs leute rein von 60 wie immer und vier mal pro woche dann bei schutzturm das gleiche und in die instanzen runadium kann man von untergrund oder von kalter betreten das gleiche beim schutzturm das kann man vom untergrund oder von leavenger oder gerda betreten seht ihr hier wo man das so auswählen kann das heißt die schwierigkeit von runadium und schutzturm wurde gesenkt soviel ich das jetzt weiß ja deshalb gibt es eine heroik also eine erotische version dann der damage von den monstern in runadium und runadium bonus und schutzturm haben sich geändert die menge der monstern schutzturm haben sich vermindert das heißt weniger monster und die stats wurden von denen auch ein bisschen schlechter verstehe ich jetzt nicht wieso aber okay und die möglichkeit mystische sachen zu droppen in runadium wurde vergrößert zum glück wird dadurch ist echt fast nichts getobt dann sind noch ein paar änderungen in schon existierenden instanzen vorgenommen worden das wäre in katalamais und runadium braucht man kein kristall mehr der eintrittsort wurde noch geändert von saru schutzturm runadium katalamais hier haben wir ganz brücke und refuge of the rune tribe ich weiß nicht was auf deutsch habe ich habe klären die auch auf englisch laufen lassen könnt ihr schauen wo es vorher war und wo die changes sind der ansicht zum nusana camp hat auch geändert alias und das modische eingang zum atma stronghood und theolabs haben sich auch geändert die hier sehen gewisse entry quests sind gelöscht worden das heißt man kann sofort in die instanzen rein das war schon so wichtig ist das in instanzen gewesen jetzt geht es ums petiras invasion das heißt in gewissen region von petiras invasion kommt monster hervor und an einer bestimmten zeit und an einem bestimmten tag diese monster kommen in bestimmten zeiten zwischen 6 uhr abends und 10 uhr abends und am 11. tag von jedem monat werden die monster in jeder region um 9 uhr erscheinen also 9 uhr abends du kannst etwas looten von einem invasions monster egal ob es schon jemand am looten ist das heißt du kannst es dann hier jetzt die neuen festungen die kommen könnt ihr euch hier vom von mir aus ein bisschen durchlesen wenn es euch interessiert bei festungen bin ich halt nicht ganz so mit dabei auf jeden fall neue festungen kalte wurde geertet man musste den guardian zerstören um die festung zu erobern und ja lest euch einfach durch wenn es euch interessiert sorry dass ich nur auf englisch habe ich jetzt wieder runter dann haben wir gibt es hier ein paar changes bei den jetzigen fortress also bei den festungen müsst ihr euch auch schon durchlesen wenn es euch interessiert und es gibt jetzt support buffs bei den fortwresten also bei den festungen sorry dann die rewards hier unten seht ihr noch c ist geranium medaillen m ist mit rede medaillen und p ist platinium medaille das heißt wenn ihr rang 1 habt könnt ihr im bestfall bis zu vier zerahs holen und ja das ist schon ziemlich viel dann halt in den anderen drei die noch anderen nur zwei metril medaillen das ist ein bisschen unnötig und in den anderen zwei halt einfach zwei zerahs und ich denk so abrang 3 ist es nicht mehr so interessant das heißt hier noch ein timetable wann das alles sein wird schauen ob ich den aufs ganze bild krieg das heißt wenn es euch interessiert screenshot machen ist halt vom amerikanischen ding her dürfte aber auch etwa gleich bleiben bin ich ganz sicher dann die dauer von gewissen fortress haben hat sich geändert das heißt vorher zum beispiel norcut nordenzyk hat die festung 60 minuten gehabt jetzt habt ihr nur 40 minuten zeit in den gesonnen und gelg das gleiche und in rechandte wurde sie von 45 minuten auf 50 runter gesetzt das mit den garnis hatten wir glaube schon einfach das garnis hinzugefügt worden und dass es in gertha vier verschiedene color gruppen gibt die du auf der map siehst so jetzt geht es zu den items es gibt ein neues system das heißt equipment evolution system das heißt erweiterungssystem für das braucht man ist ein bestimmtes item mit dem man die dann auch ein bisschen verpassen kann dann was gibt es ja soviel ich weiß kann man noch mana steine die fallen nicht mehr raus aber auch die chance dass sie trocken also dass sie wirklich reinkommen ist auch wurde verringert und man kann angenommen ich habe deine atomwaffe auf plus 15 kann ich die dann mit bestimmten steinen die auf tropen können aber wahrscheinlich dann ziemlich teuer und rasern werden kann ich die bis auf plus 20 hoch plus und ab plus 20 bekommt man ein skill das entweder rüstung des gleichgewichts oder ansturm halt einfach in bisschen nur variante aber trotzdem und oder halt ein damage skill das gleiche kann man bei der rüstung machen das hat einfach ein schutz skill ihr seht diese ein chance dass er erwartet sachen kann man genau beim dynamatum set beim grandal set und beim hyperion set machen und hat bei gewissen abyssachen wie ihr seht hat es dann hier so ein also ein zeichen und mit dem könnt ihr es dann anklicken diese für das enchantment könnt ihr hier kaufen für die elias und hier bei diasmus dann gibt es neue godstones die halt auch zerbrechen können das heißt nach einer gewissen zeit umso mehr schaden ihr macht oder umso mehr ideangreif können die gottsteine kaputt gehen halt nicht jeder sondern nur bestimmte und man braucht keinen gottsteinhändler mehr um die rein zu tun halt einfach auch noch die noob variante der richtigen gottsteine kann kaputt gehen dann es wurden neue abysiten items hinzugefügt gewisse werden in der hall of fame verkauft und gewissen kannst du beim equipen und auf evolution händler kaufen preise wurden angeblich ein bisschen gesenkt upgrade also upgrade level wurden gesenkt das heißt ich weiß nicht ob es auf deutsch heißt aber argument preis also aufleitungspreise sind es glaube sogar der npc der statthalter items in norcatalan verkauft hat wurde removed dann die npc die 2 star officer sachen verkaufen haben sich in einem anderen und sich in den ort teleportiert wo der statthalter händler war und der statthalter händler ist jetzt in der hall of fame das ist irgendwas mit 50 prozent xp plus für einen charakter ab 65 dieses item kann nur von einem level 60 charakter benutzt werden du kannst das 2 pro tag kaufen kraften sachen könnt ihr vielleicht mal durchlesen wenn es euch interessiert ich mach mal weiter und veränderungen der waffenerscheinungen das heißt die erscheinen von gewissen bahn oder gunner waffen haben sich geändert kann irgendwie sieht das jetzt mal aber sie sehen halt einfach anders aus finde ich jetzt so naja aber kannst halt nichts machen dann andere sachen gewisse items werden hinzugefügt man kann zum beispiel jetzt gewisse items sind jetzt legionshandelbar das heißt es gibt ja in der gruppe handelbar allgemein handelbar nur verkäuflich und jetzt gibt es halt auch nur noch also noch dazu legionshandelbar es gibt neue mana stellen die ziemlich abgehen die möglichkeit um das um dein atom items haben wurde vergrößert der weg wie man geld bekommt in gewissen instanzen hat sich geändert das heißt gewisse bosse trocken bündel equipment bündel können jetzt gelootet werden von jedem party member das heißt nebengruppen gruppen member und in dark poeta trocken ist halt immer noch die gleiche scheiße das heißt immer jeder ein individuelles stück und hier für die lois feuertempel drauf hier belohnungen für ein paar quests ab level 50 oder höher wurden vergrößert ja das war es eigentlich schon jetzt machst du ein paar npcs könnt ihr euch ja nicht durchlesen das sind einfach teleporter ist halt auf koreanisch bisschen dumm dann gelk und ingwison das ist eigentlich alles was wir schon gesagt haben so jetzt sind wir schon beim platz der quests und was sich jetzt hier geändert hat es gibt halt neue missionen und quests in kaldo und leventure also gertan wenn hier irgendetwas auf koreanisch sind wahrscheinlich die quests weiß ich jetzt halt nicht sorry dann in diesem dimensional institut gibt es halt auch quests wie halt in den instanzen gibt es hero quests dann also glory points werden hinzugefügt zu der reward liste von den folgenden quests das heißt wenn man die quests macht bekommt man gleich noch glory points dann gewisse quests haben sich geändert endrequests wurden gelöscht zum beispiel vom chromitis prozess teo lab atma und starrhacke man kann ein quest jetzt sofort kompletten also fertig machen das sieht man anhand von diesen von diesen glitzernden ständchen jetzt kommt schon der nächste punkt das ist der reward kalender der erscheint dann früh einloggen bekommt man immer was dazu am ersten des monats wird man mit irgendetwas und belohnt dann bekommt man hier zum beispiel irgendeine kiste ap finde ich halt noch cool es wird so ein neues item hier sein also nicht item icon hier sein da könnt ihr draufklicken dann öffnet sich diese fenster und könnt ihr die rewards abholen man bekommt dann daily reward der ist meistens kleiner dann halt einen speziellen einen speziellen reward für eine bestimmte zeit an die man sich mehr anloggt und am ersten des monats bekommt man einen geburtstag reward den reward bekommt man in einer geschenke box du bekommst deine rewards an nur einem charakter du kannst bis zu 50 geschenke boxen haben aber mit der zeit werden sie anfangen zu verschwinden das heißt am besten gleich öffnen und die informationen werden eben um 9 uhr am morgen geupdatet dann für den hansag ein gibt es den low und high price der gleich angegeben wird finde ich noch cool da gibt es passagen wo ihr euch durchparken könnt dann grün ist elias blau ist asmodisch weil es ist elias und asmodisch dann favoriten instanz kann man machen dann sieht man die auf einer Art nur auf einen blick und die an unnötigen instanz die man nicht so leucht sind und hat ausgeblendet es gibt mehr details beim battlefield score es gibt mehr details beim battlefield score bei den weapon retuning sachen wird es wenn es auf nur ist wird es angezeigt und man kann jetzt alle quests unter 50 halten oder hat dementsprechend auch anzeigen dann falls man was braucht wird das hier mit so einem leuchten dings dings gemacht so jetzt honor points ähm die gelg und negefestungen wurden auf der 65 geupgradet und man bekommt jetzt auch von da honor points das heißt die sehen jetzt so aus da gibt es so bestimmte agents die sind in levin shore der zum beispiel und das sind die fetten vier die kann man killen man bekommt dann halt eben honor points und andere sachen man bekommt auch honor points wenn man monster killt also spezielle monster clubs jipp und man bekommt auch in diesem battlefield und man bekommt auch in diesem battlefield also rodatorium bekommt man auch glory points also honor points jetzt fragt ihr das sind die skills ich werde euch das jetzt nicht da ist vorlesen weil das einfach zu lange geht ich mach jetzt einfach bleib mal kurz ein bisschen so dass ihr screenshotten könnt wenn es euch interessiert dann andere änderungen waren der weg wie magische resistenz berechnet wird hat ein bisschen geändert dann dann weiß ich jetzt nicht gerade und das ist eigentlich das mit dem leveln ähm charaktere bis level 50 haben eine variation von neuen quests das heißt man wird immer wie schneller mit dem leveln wie halt immer man kann jetzt der erste test story von jetzt an folgt man dem alle charaktere die neu erstellt werden also die alten quests könnt ihr dann trotzdem noch machen dann gibt es auch hier key quests die tun auf den leveling prozesse maniges verschleunigen ein bisschen so den der 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 die Ich denke das war es auch schon gewesen, ich hoffe ich konnte euch das Update 4.7 ein bisschen näher bringen und wie gesagt ich denke es kommt eben mehr an Teilen heraus und ich freue mich auf jeden Fall auf das Update, die Maps gefahren mir gut, ich hoffe sie wird auch ein bisschen mehr mit PvP wieder zu tun haben und ich bin auf jeden Fall zuversichtlich und es wird sicher cool, bis dann, ciao. Vielen Dank.